Überraschende Baby-News Khloe Kardashian wird wieder Mutter Das hat ein Sprecher des Stars dem People-Magazin bestätigt. Die 38-Jährige erwartet demnach mit ihrem Ex Tristan Thompson ein zweites gemeinsames Kind, das eine Leihmutter austragen wird. Wir können bestätigen, dass Trou ein Geschwisterchen haben wird, das im November gezeugt wurde, heißt es von dem Sprecher. Kardashian sei der außergewöhnlichen Leihmutter unglaublich dankbar für diesen wunderbaren Segen. Khloe Kardashian und Tristan Thompson wurden 2018 Eltern der kleinen Trou. Die On-Off-Beziehung der beiden endete wegen Fremdgegerüchten. Im Januar 2022 gab der Basketballspieler dann zu, während seiner Beziehung mit dem Reality-Star eine andere Frau geschwängert zu haben. Eine nicht näher genannte Quelle soll dem People-Magazin verraten haben, dass Thompson und Kardashian nicht wieder zusammen seien. Das Baby wurde per Leihmutter gezeugt, bevor Khloe und der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass Tristan im Dezember ein Baby mit jemand anderem bekommen hat, fügte der Insider hinzu.